herzlich willkommen zurück zu faktorio ja wir werden jetzt einmal rüber gehen zu unserer wunderschönen ölproduktion bzw nicht ölproduktion ölraffinerie das eher mal gucken ob keiner kommt und dann kann man hier über die schienen laufen wir haben ja dann sicherlich auch eine ganz gute geschwindigkeit drauf da ist mir nämlich noch ein fehler passiert da muss ich mal gucken ob ich den schon korrigiert habe oder nicht ich vermute mal eher nicht und dann möchte ich gucken dass wir vielleicht die produktion hier tatsächlich zum stillstand bringen und wir nicht dann in bestbrennstoff ersticken und zwar müsste das ja gehen indem wir hier noch einen lagertank hinzufügen die hat dann aber auch nicht im netz drin ist dann müsste man vielleicht auch noch ein machen jetzt haben wir hier auch das logistik zeug dann müsste ich hier nämlich jetzt dann auch insgesamt mehr kommen 73 da war es kurz 73 da war es kurz während wir warten gucken wir mal ob hier alle chemifabriken richtig angeschlossen sind ja den fehler habe ich scheinbar behoben ne habe ich nicht ja haha hier die sind da fehlt nämlich diese verbindung noch ja ja und jetzt wird hier mehr festbrennstoff hergestellt ich bin begeistert persönlich akkus 2 das ist schön oder wir stellen einfach auf 72.000 stehen einfach auf 72.000 festlegen jetzt ist b1 jetzt sollten keine festbrennstoffe mehr hergestellt werden aber werden sie noch nee es sollten keine mehr eingesammelt werden aber werden sie noch hier kommt nichts an jüngung b gleich 1 b jetzt l gleich 1 achso wir haben nicht mehr genug von dem hier alles klar aber b ist 1 und dann müsste doch eigentlich auch hier mit runter gehen ja kommt hier aber nicht an kommt hier aber nicht an b soll 1 sein b soll 1 sein ach der ist hier über das rote angeschlossen oder nee der hat keinen ausgang doch da kommt es an aber der geht hier nicht rüber das müssen wir glaube ich noch mal machen dann brauchen wir noch mal einen grünen der von hier da mit ran geht jetzt sollte unten auch ankommen dass b1 ist jawoll er gibt u aus und v ist 1 ok dann ist der noch nicht richtig angeschlossen ja den habe ich falsch angeschlossen dann brauchen wir hier noch 2 mal rot zack zack jetzt ist w1 und jetzt wird hier nichts mehr angenommen alle tanks sind voll es wird dementsprechend kein festbrennstoff mehr nicht mehr angenommen hier wird nur noch in die kisten sortiert und damit läuft jetzt das band voll und damit hören die dann auch gleich auf zu produzieren so der plan kann man die eigentlich noch mit anschließen es würde mich auch noch mal interessieren ob das geht dass man sagt der steht jetzt still mal hier noch hat der persönliche akku 2 und die brauchen dann auch prozessor einheiten das ist lustig das sinnvoller wäre es natürlich eigentlich wenn man diese hier mit anbindet das ist die nichts mehr ausgreifen oh jetzt haben wir schon wieder weniger und wir haben stromproblem na gut also es funktioniert jetzt zumindest das erklärt auch einiges der hier ist nämlich jetzt raus aber dann sollten ja die eigentlich nicht mehr arbeiten genau ja v ist jetzt nicht mehr eins und m nicht mehr eins ist was war denn nochmal m ähm der hier aha k l na gut aber das funktioniert jetzt das ist schön jetzt wird sogar hier nicht mehr produziert gut dann können wir also beruhigend erstmal hier wieder weg gehen darauf achten dass wir jetzt nicht vom ölzug überfahren werden wobei der kommt jetzt ja nicht eher die gefahr dass jetzt der flüssiggas zugleich kommt und wir brauchen eine neue forschung wir könnten schon mal auf logistik 3 gehen machen wir mal logistik 3 schnellere bänder gut aber bevor wir das machen wird jetzt erstmal wieder ein bisschen strom aufgebaut strom haben wir hier unten wenn mich nicht alles täuscht oh ich brauche wieder umspannwerke jawoll ok da haben wir solarpanels habe ich noch akkus eigentlich dabei weiß gar nicht von welchem wir insgesamt mehr haben die akkus haben wir jetzt auch nur die 150 vielleicht machen wir hier auch mal mal die obere reihe voll der kann da ruhig durch produzieren wir haben es ja so wie sieht es hier aus der hat schon keine lust mehr der auch nicht der auch nicht ja das wird hier auch insgesamt weniger wir können hier aber noch die letzten dann mit anschließend können wir eigentlich noch mal eben ja was heißt die letzten ich habe gerade nur vier da machen wir jetzt halt so gut es geht ich meine momentan haben wir jetzt auch noch nicht so den mega bedarf das ist rund sinnvoller gewesen na mach mal ruhig so dann hier dran hier ist eh gerade die linke seite voller dann kann jetzt hier die rechte seite auch nochmal ein bisschen was dazu kriegen dann haben wir das nämlich dann haben wir das nämlich auch soweit gut aber kupfer ist gerade eh nicht so das problem noch nicht dann hat ich mir überlegen ob wir da nicht vielleicht dann nach doch noch eine kernenergie aufbauen ich meine wir brauchen gerade den strom ich hatte irgendwie bock gerade jetzt gerade in dem moment hätte ich bock mal gucken ob wir da schon alle wichtigen technologien für haben weil wenn da nur eine fehlt dann lohnt sich das nicht können wir hier nochmal stahl und was wollte ich umspannen werke wollte ich wo haben wir die denn eigentlich oder haben wir die unten hier oben haben wir sie nicht dann sind die bestimmt unten die habe ich jetzt so selten geholt und wenn man dann doch wieder ein paar tage nicht spielt dann ja manchmal ist ja wirklich auch eine woche unterschied zwischen den aufnahmesessions diesmal nicht aber das war auch schon ein bisschen her dass ich mir die umspannwerke irgendwo her geholt habe dass ich das an der stelle einmal zu entschuldigen bitte und da sind sie doch dann können wir jetzt hier strom weiter aufbauen ach das habe ich gar nicht die habe ich gar nicht mit den umspannwerken gemacht die habe ich mit den normalen mittleren strommasten gemacht das ist ja auch okay ja der hier läuft immer noch verzweifelt seine kreise den haben wir da eingebaut dann bauen wir mal hier hinten weiter eigentlich hätte man die auch einfach mal entfernen können naja na ich muss hier noch einen weiter runter bauen kein platz verschwenden ja geht da mal weg ja das war wieder falsch jetzt haben wir es dann sind wir auf jeden fall wieder ganz gut dabei denn ja momentan reicht es nicht so ganz aus nachts ist dann immer noch das problem aber das sollte dann auch besser werden wenn wir mehr akkus aufbauen mehr solarpanels aufbauen naja und vielleicht dann ja auch noch mal erweitern mit der kernenergie aber die dann keinesfalls als Hauptenergieträger das hier mit den solarpanels ist ja auch so eine Sache mit dem Hauptenergieträger man sieht ja wie viel platz die brauchen das ist finde ich immer so der Nachteil daran da passt noch einer hin da passt noch einer hin die Tode hier die bewegen sich gar nicht achso jetzt müsste ich einmal hier strommasten setzen gut wenn die dann gleich weg gehen dann kann ich ja nochmal welche hinsetzen auch nicht verkehrt aber das ist schon recht entspannt dass wir ohne aliens also ohne angreifende aliens spielen das finde ich tatsächlich mal ganz angenehm ja man hätte jetzt natürlich noch die Dings her weghauen können die Bäume jetzt machen wir irgendwann das nochmal ein Feld auf hier gleich wieder ein zu weit weg gebaut ja das jetzt nicht so ganz hundertprozentig passt ist das nicht schlimm wir sind jetzt nicht auf den mega platz hier angewiesen sieht dann halt nicht so schön aus ja da kommen wir mit klar dünne denn Logistik 3 ist abgeschlossen dann gucken wir mal ob wir für Kernenergie alles haben und das haben wir nicht dafür brauchen wir den Coverex Anreicherungsprozess und da können wir dann schon die Raketensteuereinheit machen aber gut wenn wir die gelben Forschungspakete dann haben und das bringt uns dann auch Richtung Spidertron oh Spidertron gut aber dafür brauchen wir noch den tragbaren Fusionsreaktor wir brauchen Militär 4 und die Raketensteuereinheit also ohne Militär geht das auch gar nicht hier den Spidertron zu kriegen und den möchte ich auf jeden Fall sehen auch wenn wir ihn vielleicht nicht unbedingt brauchen aber ich meine der kann auch Gegenstände transportieren das wäre ja auch schon mal ein bisschen hilfreich so 61 haben wir noch zu verteilen ich lass hier immer einen Platz ich weiß nicht warum aber dann kann man da nochmal durchgehen wenn man das muss ok können die Aliens dann zwar auch aber ja wobei streng genommen es sind ja keine Aliens wir sind das Alien sind ja immer die fremden Lebensformen mit gemeint und naja die wohnen hier im Gegensatz zu uns so dann haben wir das auch erledigt hier wieder so ein paar drauf gebaut Not 44,2 das reicht aber immer noch nicht um unseren Strombedarf zu decken tagsüber die Dampfmaschinen müssen immer noch mithelfen ja dann würde ich sagen bevor wir eine neue Produktion aufbauen machen wir Kernenergie ich hoffe der Covarex Anreicherungsprozess geht jetzt einigermaßen voran oder muss das da noch mit ne die Akkus sind aber die Akkus mitgeladen werden Moment jetzt sind die Akkus geladen jetzt gehen die Dampfmaschinen runter also die brauchen wir dann wirklich um die Akkus zu laden ok alles klar ja gut aber wenn wir jetzt noch mehr Akkus platzieren brauchen wir entsprechend auch mehr und die brauchen wir ja wirklich haben wir gesehen weil wir dann ansonsten einfach nicht mit der Menge an Strom klarkommen nachts das funktioniert so nicht und ich habe keine Lust noch mehr Dampfmaschinen zu bauen wobei das eigentlich auch kein Problem wäre eigentlich wäre das sogar ganz sinnvoll hier zu bauen oben bei der Kohle einfach um bei der Kohle bei unserer Ölverarbeitung einfach um die Brennstoffe einfach loszuwerden also eigentlich müssten wir Dampfmaschinen bauen da haben wir eigentlich gar keine Wahl hm wenn man sich das so überlegt hier haben noch ein paar Akkus gefehlt dann ach komm der Baum darf stehen der Baum darf stehen so der Geiz der eine Akku platz macht den Kohle auch nicht wert wenn es dann mal einer wäre dann muss er wohl doch weichen ach ja irgendwann können wir die auch automatisiert alle aufbauen dann müssen wir das nicht mehr selber machen sind wir ja nicht mehr so weit von entfernt jetzt bin ich echt am überlegen ob ich da oben noch Dampfmaschinen hinbaue verdammt verdammt hier sind noch so viele Bäume da oben sind aber schon wieder die Viecher da müssen wir wohl hier können wir noch gut einsetzen das sind dann hier unsere Energieexperten das sind dann hier unsere Energieexperten der Baum muss leider auch weichen für die Zukunft für den Fortschritt ja da sieht man mal Energie jetzt wird hier aber gleich schon wieder Akkus verbraucht denn es ist Nacht wir haben keinen Strom das ändert sich am nächsten Tag der Coverex Anreichungsprozess dauert noch eine Weile vielleicht sollten wir tatsächlich einfach oben noch ein paar Dampfmaschinen hinsetzen denn nachts haben wir glaube ich echt ein Problem obwohl noch nicht aber noch ist auch nicht tiefste Nacht ja das macht halt schon Sinn wir müssen den Festbrennstoff loswerden um ihn zu verbrennen und damit Strom zu erzeugen ist halt doch irgendwie eine naheliegende Variante noch sieht es aber gut aus mit der Bedarfsdeckung wir halten die Akkus auf Maschinen laufen natürlich jetzt auch voll durch das ist klar beziehungsweise eine grundlegende Energie Uranproduktion können wir ja schon mal aufbauen denn der Coverex Anreichungsprozess ermöglicht es uns aus Uran 235 und Uran 238 Komponenten genau wiederum Uran 235 zu generieren und das Uran 235 brauchen wir das andere ist nur ein Restprodukt Wiederaufbereitung von Kernbrennstoff wäre natürlich auch noch eine schöne Sache wenn wir das noch hätten das ist aber etwas zusätzliches das ist auch noch etwas zusätzliches das heißt eigentlich könnten wir da jetzt voll durch starten Uran haben wir da würde ich das hier unten nehmen das ist besser als das hier am Wasser außer wir brauchen Wasser aber dann müssten wir noch Lentfel herstellen brauchen wir Wasser da da Uranverarbeitung Zentrifuge braucht Uran 235 ne braucht Uran Erz macht daraus Uran 235 und 238 Uran Brennelement ach die brauchen Eisenplatten dann würde ich was von unserem Herz hier runter bringen müssen oder hoch je nachdem ne brauchen wir nicht dann würde ich es hier unten machen ja das das ist dann wohl so ja das ist ja blöd mit dem Eisen wobei wir müssen doch auch Dampf produzieren ich meine das geht doch eigentlich nur mit Wasser ja dann machen wir es vielleicht doch nicht ah Brennelement genau aber dann ist ja die Frage wie machen wir aus dem dann Strom Kernreaktor zeugt Wärme Reaktoren Zentrifuge Dampfturbine Dampf Er braucht Dampf Wärmetauscher Ja, der braucht dann Wasser, genau. Damit machen wir, mit dem Kanzleraktor würden wir dann Wärme erzeugen, damit würden wir Wasser zu Dampf verarbeiten. Wäre jetzt halt auch nochmal ein Megaprojekt, das ist klar. Das wäre jetzt nicht so ganz ohne. Ah ja, die Forschung dauert so lange, weil wir natürlich hier kaum Lilane dann noch haben. Nee, wohl, nö. Die dann noch haben wir, das ist kein Problem. Aber die stellen wir natürlich nur sehr langsam her, gerade weil hier wieder Schienen das Problem sind. Da arbeiten nur zwei, drei Fabriken. Ich werde mir mal Gedanken drüber machen, ob wir die Reaktoren machen oder nicht. Wenn tagsüber kriegen wir es jetzt, ja tagsüber sind wir da echt entspannt unterwegs. Vielleicht werde ich die Akkuproduktion nochmal ein bisschen erhöhen. Ich glaube, dann kriegen wir es auch erst mal mit Solarenergie hin. Halten uns Kernenergie aber nochmal offen. Aber gerade was jetzt das Tagsüber angeht, da sind wir ja sehr entspannt. Da sind wir richtig entspannt. Dann muss ich nur häufiger mal Strom ausbauen. Weil ja, Ken, das andere... Das würde jetzt schon bedeuten, dass wir da sehr viel machen müssen. Dann wäre es tatsächlich besser, einfach nochmal hier ein paar Dampfmaschinen noch hinzubasteln. Ja, schön. Guck mal. Die Fabriken stehen, einfach weil jetzt nichts mehr nachproduziert wird. Und das funktioniert. Hier ist alles voll. Hier ist auch alles voll. Wir verbrauchen einfach zu wenig. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Denn die ہیں. Vielen Dank.